In diesem Video möchte ich etwas auf die neuen, seit August 2018 geltenden ESMA-Regelungen eingehen und darauf, was diese Entscheidungen nun für uns Trader konkret bedeuten. Die ESMA, also die Europäische Wertpapier- und Finanzaufsichtsbehörde, hat im März 2018 bekannt gegeben, den CFD- und Forex-Handel zukünftig stärker zu regulieren. Das hat bei vielen Tradern für schlagartige Hitzewallungen gesorgt. Vor allem Trader mit kleineren Konten befürchten nun, dass sich der Handel mit CFDs und Forex für sie nicht mehr lohnen könnte. Der Grund dafür ist, dass sich unter anderem die Hebelgrößen geändert haben. Alle Broker, die in Europa reguliert werden, dürfen nur noch Hebel mit einer bestimmten Größe anbieten. Bei den Hauptwährungspaaren im Forex liegt der Hebel bei 30 zu 1. Alle anderen Währungspaare sowie alle anderen Hauptindizes und Gold darf zukünftig nur noch mit einem Hebel von 20 zu 1 angeboten werden. Alle Rohstoffe außer Gold und alle sekundären Indizes nur noch mit einem Hebel von 10 zu 1. Bei Aktien-CFDs nur noch ein Hebel von maximal 5 zu 1 und bei Krypto-CFDs sogar nur noch 2 zu 1. Die genaue Auflistung können Sie bei Ihrem Broker in Marktinformationstabellen nachlesen. Doch warum können Trader mit kleineren Konten nun ein Problem bekommen? Nun die Antwort ist ganz einfach. Die Größe des Hebels bestimmt die Größe der Margin. Die Margin ist der, wie Sie in unserer 360 Grad Trading Ausbildung bereits gelernt haben, eine Sicherheitshinterlegung beim Broker. Diese bekommen Sie am Ende jedes Trades zurück. Abzüglich der Verluste, zuzüglich der Gewinne. Nun ist es so, dass wenn der Hebel kleiner wird, die Margin, die man benötigt, größer wird. Man muss also bei kleinerem Hebel eine größere Sicherheitshinterlegung hinterlegen, um dieselbe Positionsgröße handeln zu können. Je größer der Hebel ist, desto weniger Margin benötigt man, um eine Position zu eröffnen. Je niedriger der Hebel ist, desto mehr Margin benötigt man auf dem Konto. Da die ESMA die Hebel nun herunter gesetzt hat, steigt also die Margin, die sie benötigen, um eine Position zu eröffnen. Was das nun genau in Zahlen ausmacht, das schauen wir uns jetzt mal an. Am wenigsten Startkapital benötigt man dort, wo wir den größten Hebel haben. Und den größten Hebel haben wir wie gesagt in Hauptwährungspaaren im Forex, nämlich einen Hebel von 30 zu 1. Die kleinste Positionsgröße, die man im Forex-Bereich handeln kann, sind 0,01 Lot oder anders gesagt ein Mikrolot. Dafür müsste man 33,33 Euro am Margin hinterlegen. Bei den Hauptindizes, also zum Beispiel dem DAX, kommt es auf den aktuellen Kurs an. Um dort die Margin berechnen zu können, nimmt man den aktuellen Kurs geteilt durch 10 und das Ergebnis geteilt durch den Hebel 20. Steht der DAX also bei 12.000 Punkten, benötigt man für 0,1 Lot eine Margin von 60 Euro. Man sollte also schon mit einem gewissen Grundkapital traden. 100 Euro machen da sicherlich keinen Sinn, denn die Margin muss ja irgendwie finanziert werden. Eine weitere, wie ich finde sehr positive Änderung ist die sogenannte Negative Balance Protection. Das bedeutet im Klartext, dass Trader niemals mehr Geld verlieren können, als sie eingezahlt haben. Es gibt also keine Nachschusspflicht mehr. Früher war es ja möglich, dass Trader, die beispielsweise eine Position über Nacht gehalten haben und von einem Gap überrascht wurden, mit ihrem Kontostand ins Minus geraten sind, weil ihr Stop-Loss nicht greifen konnte. Dann mussten diese Trader ihrem Broker Geld nachschießen. Das ist nun generell nicht mehr möglich. Sie können im allerschlimmsten Fall nur noch das Geld verlieren, das sie auf ihrem Tradingkonto haben. Die nächste Änderung, die wirklich sehr wichtig ist und die sie jetzt auf jeden Fall verstehen sollten, ist die Margin Close Out Regel. Sie besagt, dass der Broker nun dazu gezwungen ist, ihre offenen Positionen zu schließen, sobald ihre gesamte Margin aus allen offenen Trades größer als 50% ihrer Kontogröße übersteigt. Die Margin darf also nicht größer als 50% ihrer gesamten Kontogröße sein, und zwar die Margin aller ihrer offenen Positionen zusammengerechnet. Sobald die Margin größer als 50% ihrer gesamten Kontogröße beträgt, ist der Broker dazu verpflichtet, eine oder mehrere Verlustpositionen zu schließen, bis die Margin wieder unter 50% ihrer Kontogröße senkt. Dabei muss der Broker mit der verlustreichsten Position beginnen. Falls Sie das jetzt nicht verstanden haben, spulen Sie das Video bitte zurück und hören Sie sich diese Stelle nochmal an. Das ist wirklich sehr wichtig zu verstehen. Sie können sich jetzt vielleicht schon denken, dass es auch aus diesem Grund keinen Sinn macht, mit einem zu kleinen Konto zu handeln. Denn je größer Ihr Kontoguthaben ist, desto mehr Luft haben Sie natürlich bei der Margin und desto mehr Trades können Sie offen halten. Wir empfehlen eine Kontogröße von mindestens 500€, um ordentlich arbeiten zu können. Das sind die wichtigsten Änderungen der ESMA. Für manche Trader sicherlich von Vorteil, für andere wiederum etwas ärgerlich. Jedoch sind diese Änderungen wirklich kein Weltuntergang und der Handel ist weiterhin problemlos möglich. Zusammengefasst kann man sagen, die Hebel sind kleiner geworden und die benötigte Margin größer. Das und die Tatsache, dass der Broker Positionen schließen muss, wenn die Margin aller Positionen über 50% der Kontogröße steigt, könnte für Trader mit Kleinstkonten wirklich zum Problem werden. Für alle anderen eher weniger. Außerdem stellt sich sowieso die Frage, ob Kleinstkonten beim Trading überhaupt sinnvoll sind. Eine sehr positive Änderung wiederum ist sicherlich die Abschaffung der Nachschusspflicht. Nebenbei wurden auch binäre Optionen verboten, was meiner Meinung nach schon lange überfällig war. Und die Broker müssen eine standardisierte Risikowarnung herausgeben, die den Prozentsatz der Kunden ausweist, die im letzten Quartal Geld verloren haben. Also so und so viel Prozent unserer Kunden verlieren hier ihr Geld. Das ist sicherlich auch nicht als Nachteil für uns Trader zu werden. Wenn man sich als erfahrener Trader nun der Bevormundung zum Beispiel bei der Wahl der Hebelgröße entziehen möchte, hat man die Möglichkeit sich beim Broker als professioneller Trader führen zu lassen. Dann gelten viele dieser ESMA-Regelungen nicht. Okay, soviel erst einmal zu den neuen ESMA-Regelungen. Und dann gelten viele dieser ESMA-Regelungen. Vielen Dank.